Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kinder und Jugendliche, ich möchte Sie als Regens des Priesterseminars Eichstätt ganz herzlich zu unserem Jubiläum einladen. Wir feiern in unserem Haus 450 Jahre Bestehen. 1564 begann an diesem Ort richtig die Priesterausbildung nach dem Konzil von Trient bis zum heutigen Tage. Wir freuen uns, dass wir auf diese Geschichte zurückschauen dürfen, möchten aber auch Ihnen unser gegenwärtiges Haus gerne vorstellen. So feiern wir am 11. Oktober, am Samstag, mit einem päpstlichen Sondergesandten, Kardinal Paul-Josef Cordes, der die Festmesse mit uns halten wird. Es kommt ebenfalls der Apostolische Nunzius aus Berlin. Um 9.30 Uhr die Messfeier in der Schutzengelkirche. Anschließend begehen wir dieses Jubiläum in einem Festakt im Alten Stadttheater. Nach dem Mittagessen im Seminar werden wir um 16 Uhr in der Schutzengelkirche dann noch die Vesper beten. Und Sie alle möchte ich ganz besonders auch für den Sonntag einladen, der gleichsam ein Tag der offenen Türe wird. Wir öffnen weit die Türe unseres Priesterseminars und Sie können in über 30 Workshops und Ateliers sich die Vergangenheit und die Gegenwart dieses Hauses anschauen. Dazu an Sie, Ihre Familien, alle Gläubigen in der Diözese herzliche Einladung, alles Gute und Gottes Segen.